Hi Facebook, wuhu! Ich bin total in Fortuna Düsseldorf Stimmung. Sieht man mir das an? Äh, nee, ne? Gar nicht, oder? Doch, sei mal ehrlich. Klar sieht man mir das an. Hier im Gesicht, hier auf meinem Karohemd. Natürlich habe ich mich inspirieren lassen von den Fortuna Düsseldorf Karoärmeln, wenn die denn das Heimspiel haben. Finde ich richtig cool. Deswegen habe ich das jetzt hier direkt wieder spiegeln lassen in meinem Gesicht und einfach auch mal überall auf meinem Körper. Habe einfach hier so ein paar Federn rausgerubt und die direkt hier in meine Frise mit eingearbeitet. Wenn ihr das sehen wollt, wie ich das alles so gemacht habe, dann kommt ihr einfach jetzt direkt vorbei. YouTube eingeben, Funny Spot und schon seid ihr dann auch da. Und natürlich halt auch den Verein, ne? Wo ihr dann immerhin wollt.